Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Clomanager Deluxe. Das Spiel ist erschienen 2006 und jetzt wird es nochmal neu aufgelegt als Download. Deswegen ist mir das vor die Füße gefallen und ich dachte mir, komm, das pfeifen wir uns mal rein. Zumindest für, wie soll ich sagen, mal ein paar Probefolgen und dann schauen wir mal, wie das ankommt wie immer. Also wie gesagt, das ist sechs bis sieben Jahre alt. Mir schwarnt Schreckliches. Wie viele Spüler? Ha, 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 Spüler. Ihr versteht Spüler? Ach Gott, also mein Name ist Harald, immer noch. Oh Gott, mir schwarnt wirklich Schreckliches. Ähm, weiter. Das machen wir auch mal einfach weiter. Start. Oh, ähm, Entschuldigung, ja. Mir hat es gerade für ein paar Sekunden die Sprache verschlagen. Also ich muss mir gerade erst das Blut aus den Augen wischen, nachdem ich jetzt gerade diese Grafik erblickt habe. Das sah ja damals auf dem Amiga bei Ports of Call schon besser aus. Aber da ja innere Werte zählen, werde ich mal nicht mit großen Vorurteilen ans Spiel rangehen. Ähm, ich spiele wie immer ohne Handbuch. Das heißt, ähm, ich sage immer, ein gutes Spiel erklärt sich von selber. Aha, das ist alles klar. Ähm, und ich habe auch beim Soundcheck schon mal festgestellt, dass da ein Tutorial, sowas ähnliches dabei ist, nämlich auf dem Fragezeichen. So, dann lassen wir uns das mal erklären hier. Dies ist der Knotenpunkt, von dem aus sie zu den folgenden Spielteilen gelangen. Also, der Erwerb und die Wartung von Parzellen ist die Garte rechts oben an der Wand. Das haben wir da oben gesehen, ne? Dann, Forschung nach Spülungen und Brillen. Reagenzgläser auf dem Schreibtisch. Die habe ich auch schon gesehen. Spielstatistik. Das ist dieses hier mit den Balken, klar. Sabotieren der Mitspüler. Der Mitspüler! Hintertür links an der Wand. So, Beenden des Spielzuges. Griff der Spiel... Spülkette an der Klospülung. Ah, das ist rundenbasiert, ich verstehe. Allgemeine Spieloptionen, Computer auf dem Schreibtisch. Wenn Sie den Mausteil über eine oben erwähnte Stelle bewegen, zeigt Ihnen ein Schriftzug, um welchen Spielteil es sich handelt. Sie brauchen ihn dann einfach nur anzuklicken. Sie sollten zuerst eine Kloparzelle kaufen und diese ausrüsten, um somit für ein Einkommen zu sorgen. Sie können diese Hilfe jederzeit mit dem Hilfesymbol rechts oben aufrufen. Meine Fresse. Ja, ein, was war ganz witzig, war mal kurz auf der Homepage von dem Spiel. Ich verlinke euch das natürlich wieder in den Videobeschreibungen unten. In der Videobeschreibung. Und da war sogar ein ganz witziger Spruch, da hieß es, ähm, spül mir das Lied vom Kot. Ah, was für ein lustiger Werbesprich. Spruch. Äh, ein Werbesprich. Super, ich habe schon wieder Sprechdurchfall. Das passt auch gut zusammen. Okay, also. Moment, jetzt habe ich noch mal was geguckt, ja. Sie sollten zuerst eine Kloparzelle kaufen. Das war's, genau. Das habe ich jetzt gerade verdrängt. Machen wir das mal. Oh je, mir, nee. Ich habe mir zum Glück ein paar Zilberwisch und Weck hier hingelegt, damit ich mir wirklich das Blut regelmäßig aus den Augen rauswischen kann. Was haben wir denn hier? Das kostet was? Das kostet 497.000. Ich habe 500.000. Oh man, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich 500.000 Euro hätte, ja, würde ich dann hier in so einem Scheißjob arbeiten wollen? Ich glaube nicht. Das ist ja schon mal sehr unrealistisch. 490.000 im Rotlichtviertel. Ja, da steht's auf gut Deutsch dabei. Nee, komm, lass mal stecken. Was haben wir denn hier? Da muss man ja wahrscheinlich nicht nur, ähm, Pisse und Kacke entfernen, sondern auch noch, äh, Sperma im Rotlichtviertel. Das wollen wir jetzt noch nicht. Außerdem ist das alles viel zu teuer, ey. Das ist das Billigste, ne? 470.000. Vorstadtgebiet. Okay. Alles klar. Dann machen wir mal, oder? Kaufen wir mal so ein Ding. Und dann klicken wir mal drauf. Ähm, ich habe beim Soundcheck, das mache ich ja immer vorher, um, äh, zu schauen, dass die Aufnahme, dass das alles passt mit der Lautstärke und so, habe ich gesehen, dass es Schwierigkeitsgrade gab. Ich glaube, ich habe einfach den Mittleren eingestellt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, was muss ich jetzt hier machen? Aha. So, Spülung. Dingelingeling, gar nichts geht. Ich sehe schon, ich muss zuerst mal hier nochmal, hoch. Ach, das geht. Die Rolle kann ich aussuchen. Da unten stehen die Rollenkosten. Nerz. Hallo? Moment, was ist das hier jetzt? Baumwolle. Samt. Seide. Nerz. Will man sich mit einem Tierfell den Arsch abwischen? Sind wir hier in der Steinzeit? Das erscheint mir auch etwas blöd, etwas zu teuer. Ähm, jetzt warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was da steht hier. So, innen an sich der Kloparzelle. Hier kaufen Sie die Ausrüstung und bauen Sie die einzelnen Klos ein. Im unteren Drittel des Bildschirms. Das dient zum Kauf und zur Verwaltung der Ausrüstung für die einzelnen Klos und des Zubehörs für die ganze Parzelle. Das ist das hier, ja. Die Klos in der Bildmitte können Sie durch Anklicken öffnen. Sie sehen dann deren Inhalt und erhalten links im Bild nähere Details. Das haben wir schon gemacht. Das, haha, da war ich schlau. Das habe ich selber rausgefunden. Um ein Klo auszurüsten, müssen Sie zuerst eine Spülung, eine Schüssel und eine Brille durch Anklicken in die entsprechenden Spalte kaufen. Das Wort Spalte ist im Zusammenhang mit Klo ja auch sehr schön, ne. Ähm, die Rolle wird beim Ausrüsten des Klos gewählt. Klicken Sie dazu. Das haben wir auch schon gemacht, ja. La, 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 bla, bla, bla. In der Spalte allgemein können Sie für die Parzelle extra Zubehör kaufen und Sie mit der Option alles richten instand halten. Alles richten. Liebe Leute, alles richten. Richten schreibt man dann klein. Mann! Sie können diese Hilfe jederzeit mit dem Hilfesymbol rechts oben aufrufen. Also, falls ihr denkt, ich hätte mir dieses Spiel gekauft, ja. Äh, ich sage dazu nein, das habe ich mir nicht gekauft. Das habe ich vom Entwickler bekommen. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ich kann, äh, den Leuten im Nachhinein auch noch danken, wenn ich es gespielt habe. So. Also, Rollenkosten haben wir gecheckt. Äh, Brillen, äh, Bla, Schüsseln. Äh, wie geht das jetzt hier? Schüsselfluter. Eine Spülung brauche ich ja wahrscheinlich, ne. 800 kostet das, ja. Oh, das kaufe ich mal, würde ich sagen, ne. Und, äh, dann kann ich das hier einstellen, oder was? Ich bin so schlau, oder? Okay. Jetzt fangen wir erstmal mit einem Klo an, würde ich sagen. Das statten wir erstmal aus. Oder zwei. Sagen wir mal zwei. Wenn eins besetzt ist, ähm, dann brauchen wir hier noch einen Schlüssel für Luter. Zack. Ähm. Halim, halim. So, jetzt machen wir erstmal hier das eine Klo fertig, sonst blickt ja kein Mensch durch. Einen Haartrockner. Ach nein, ein Handtrockner. Aha, ich kann nicht mal lesen. Oh Gott. Ich dachte schon, was will ich hier mit dem Haartrockner? Äh, Schüsseln. Keramik. Kostet tausend. Da fällt mir ein, ein kleiner Tipp, ähm, an euch. Ähm, ich gebe ihr immer Lebenstipps. Und zwar, ähm, meine Frau Moni und ich, wir haben zu Hause grundsätzlich, ähm, Schüsseln aus Holz. Das hilft bei Altbauwohnungen insofern, wenn es ein bisschen kalt ist, ja, dann ist diese Holz, äh, die Holzschüssel ist immer warm. So, und jetzt kann ich hier keine Holzschüssel kaufen, das ist schon mal unrealistisch. Buh, Metall. 5.000, ihr habt ja auch einen an der Waffel. Ja, ist klar. Okay, da fangen wir natürlich erstmal klein an, klar. Wir kaufen erst einmal Keramik. Und dann kaufen wir gleich noch eine, oder? So. Was ist das hier? Aha, Brillen von Spülmann. Ich verstehe. Da nehmen wir auch mal zwei. Ich sehe schon, ich kann da ein bisschen mehr kaufen, aber ist egal. Jetzt, ähm, jetzt wird die erstmal fertig gemacht hier. Ähm, Schüssel. Palim, Palim. Keramik. Brille. Sehr schön. Und eine Rolle aus Papier. Das muss reichen. Und zwar einlagiges Papier. Dann müsst ihr es halt ein bisschen falten, ne? Sonst wird's, äh, was ist das jetzt hier? Preis, 1 Euro. Ach so, man kann hier den Preis festlegen. Also, ich glaube, 1 Euro ist mal angemessen. Das ist sowieso teuer. Ich glaube, einmal Kacken im Bahnhofsklo kostet nur 50 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Säubern, reparieren, das ist, glaube ich, noch nicht nötig, ne? Ne. So, dann, äh, was brauchen wir denn? Auf jeden Fall einen Handtrockner. Der kostet auch nur 300. Und einen Seifenspender brauchen wir auch. Ganz klar. Jetzt ist für mich die Frage, gilt das jetzt hier für alle? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, das ist einfach abgehakt. So, Kondomautomat. 5000. Ja, komm, das, äh, da kommt doch was rum bei, oder? 5000 haben wir noch. Lichtschranke, was soll das denn sein? Lichtschranke ist wahrscheinlich, wenn man reingeht, das automatisch spült, brauche ich sowas auf so einem kleinen Blödklo. Was kostet denn das? 20.000, das hat sich damit erledigt. So, und dann haben wir hier noch, ne? Das müssen wir ja auch alles nochmal fertig machen hier. Okay, ich sehe schon. Oh, jetzt habe ich das Ding wieder weggemacht, ich blödmann. Ja, liebe Freunde, ähm, so ist das nun mal. Brille von Spielmann. Und Rolle Papier. Gut, dann können wir das Ganze hier auch noch machen. So viel Geld ist noch übrig, das sehe ich schon. Wir brauchen nochmal zwei Keramikschüsseln. Keramikschüsseln. Zwei Brillen. Und zwei Spüldinger. Da könnte man sogar noch ein bisschen mehr kaufen, wenn ich das gerade richtig sehe. Da kaufe ich aber lieber noch ne... Ne, ne Parzelle kann ich mir ja nicht kaufen, scheiße. Ähm, na komm, egal. Wir rüsten erstmal hier ganz, ähm, ganz klein aus erstmal. Spülung, Schüssel, Brille, Rolle, passt. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie sabotieren, weil da gibt es ja dieses Hinterzimmer noch. Ähm, Moment, was war da noch hier? Das brauchen wir auch noch. So, Moment, ich muss mir ja gerade nochmal das Blut aus den Augen wischen. Okay. Ähm, die Musik ist auch wieder ganz toll, ne. So, jetzt habe ich ja auch alles ausgestattet, oder? Da könnt ihr pissen und kacken, da könnt ihr pissen und kacken. Da auch, da auch. Hvorragend. So, dann haben wir das, ne. Ich weiß gar nicht, was genau das Spielziel ist. Bei vier Spielern kann man es wohl offensichtlich zu viert gleichzeitig spielen. Hot Seat quasi. Hot Seat auf dem Klo, das ist ja toll. So, ähm, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich hier wieder zurück, ne. So, noch eine Parzelle kann ich mir natürlich nicht leisten, ist klar. Aber das macht ja nichts, erst mal. So, jetzt haben wir hier Forschung, können wir noch machen. Statistik ist gerade noch ein bisschen witzlos, wahrscheinlich, ne. Aha, mein Gegner, ein Computergegner. Mr. Methan. Da gibt es doch sogar einen wirklichen Mr. Methan. Habt ihr den mal gesehen? Ich glaube, der war bei, ähm, Deutschland sucht den Superstar. Ne, wie heißt der, äh, Supertalent. Das war so ein grün angezogener Engländer, der gefurzt hat und sich, ähm, glaube ich, Puder auf den Arsch und damit irgendwie auch Kerzen ausgeblasen hat. Das war sehr ekelhaft, aber irgendwie auch lustig. Was ist das hier jetzt? Hinterzimmer? Genau, davon habe ich irgendwie gehört, als ich auf der Homepage war mal. Oh mein Gott, vollkotzer Kaputtmacher. Das ist ja schon alles sehr, wie soll ich sagen? Gerüchte? Was heißt das denn hier? Gerüchte? Keine Ahnung. Ach so, ich kann den, ähm, dem Gegner, ähm, ja, genau. Das Gesundheitsamt ist gut gelaunt. Spionage? 2000. Bringt das was? Ich weiß es nicht. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ähm, Brechbärt. Oh Gott, ist das schlimm. Aber, da kostet er doch 30.000, das kann sich eh kein Mensch leisten. 10.000, 5.000. Theo Trümmer. Brechbärt gefällt mir, weil er eine gute Frisur hat. Echt geile Frisur. So eine geile Frisur, die haben nur wenige Menschen. Nur die besten Menschen der Welt haben so eine geile Frisur. Nur rot hätte ich sie nicht gemacht, weil das ein bisschen schwuchtelig ist. Ähm, wie kann ich denn da wieder raus? Ah, da oben. Rechts nochmal raus. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll hier. Sabotage. Hallo? Komme ich da wieder raus? Ah, okay, jetzt. Ähm. Ich kann ja noch was anderes machen hier. Forschung. Aha. Brillenspülungen. 10.000. Ach, weniger geht nicht. Ich glaube, ich kotze. Das ist ja schon mal ganz schön teuer, ne? Ja, keine Ahnung. Jetzt will ich hier 10.000 Öcken ausgeben. Ne, erstmal nicht. Komm. Wir machen erstmal Sabotage beim Gegner. Das ist, glaube ich, erstmal cooler, oder? So, gleich mal in die Scheiße reinreiten. So, wie komme ich wieder zurück? Achso, ich vergesse das immer. Da oben rechts. Wir gehen da rein und machen mal ein bisschen Sabotage. Ähm. Theo Trümmer oder Rudi Randale. Rudi Randale klingt gut, oder? Ne, Leute, komm. Ich spars erst nochmal. Ich spars erst nochmal. Ähm. Raus wieder. Ich schaue erstmal, wie sich's entwickelt. So. Statistik ist witzlos. Optionen ist nichts mehr. Und, äh, ja. Dann kann ich wohl die Runde beenden, oder? Ja, machen wir mal die Runde zu Ende. So. Das steht hier, was ich hab alles. Äh, Clo 1, Spartanisch, bla bla bla. Gewinn durch Kondome. 5, 8, 4. Und Gesamtgewinn 4455. Äh, pro Monat, oder was? Das wär schon okay. Also, dann, äh, überlegt man sich schon, ob man den Job hier macht. Ähm. Was sind zwei Pfeile? Ein Pfeil? Was soll das heißen? Ach. Gesamtübersicht. Und da geht's weiter wahrscheinlich, ne? Ne, auch. Das Gleiche. Hä? Sollten da der Unterschied sein. Ah! Mr. Methan macht seinen Zug. Der Rundenkönig heißt Harald. Tombolosch-Daten. Was ist das denn? Ah! Da kann man was gewinnen. Ah! Hurra! Ich hab ne Goldschüssel gewonnen. Das ist ja geil. Und das Rundenschwein heißt Harald. Wieso? Was bin ich denn für ein Rundenschwein? Versteh ich nicht. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Äh, okay. Dann gehen wir mal wieder rein in unsere Porzelle. Gucken mal. Genau. Jetzt müssen wir nämlich auch, ähm... Moment. Reinigen und so. Ohne. Und reparieren muss man ja auch. Sauberkeit, Funktion. Ich verstehe. Ich habe ja ne Schüssel ne neue gewonnen. Warst du, oder? Ne Schüssel warst, glaub ich, ne? Ne, scheiße. Spülung wollte ich nicht. Ähm, ne Schüssel war doch da. Aus Gold! Die nehmen wir ins erste Klo rein. Ähm, ja, ich sehe, ähm, wir sind schon am Ende der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Also, ähm, meine Augen bluten halt jetzt ein bisschen, aber für euch tue ich alles. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr mir ein kleines Like da lasst und, äh, sagt mir bitte, ob ich weitermachen soll. Ein paar Folgen werde ich sowieso noch vorproduzieren, aber, ähm, es ist immer ganz gut zu wissen, ob ihr mehr wollt, ja? Ich sag erstmal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal!